Hallo lieber Chris. Ja, da sitze ich nun und es geht darum, dir ein Feedback zu geben. Das mache ich sehr gern. Es war ganz, ganz besonders, mit dir in diesem Raum zu sein und diese große Energie von dir zu spüren und es einfach fließen zu lassen. Und was das bei mir ankam, ist irgendwie nicht in Worte zu fassen. Ich kann jetzt im Moment noch zu meinem Herzen gehen und ich spüre, wie es größer wird, wenn ich mich darauf konzentriere und größer wird und wie dieses göttliche Licht aus mir oder die göttliche Liebe aus mir herausstrahlt. Und du hast es einfach so gemacht. Du hast es geschafft, mit deinem Herz, mit der göttlichen Liebe in dir, mein Herz zu öffnen. Die Blockade, die wahrscheinlich da war, zu öffnen. Ich kenne diese Herzöffnungen, aber sie haben bisher immer nur ganz, ganz kurz am Kalten. Und das, was jetzt ist, ist, dass ich, als wenn ich es möchte und mich darauf konzentriere, immer fühlen kann. Und das ist großartig. Und du hast eigentlich nichts gebraucht, außer die göttliche Liebe in dir, um das bei mir zu erreichen. Ich war an dem Tag, als wir in dem Raum gemeinsam waren, sehr, sehr abends noch sehr, sehr müde und musste ganz, ganz, ganz früh ins Bett gehen und schlafen. Und ich habe das Gefühl, da ist jetzt nicht nur das mit der Herzöffnung passiert und mit dem, dass ich so nah bei mir bin und auch dieses Gefühl der Liebe so intensiv spüren kann. Das ist so die eine Seite. Und die andere Seite ist, dass ich das Gefühl habe, mein Körper reinigt sich und meine Organe reinigen sich. Stoffwechselprozesse, die da sind, zum Beispiel mein Darm, der seit fünf, sieben Jahren nicht mehr richtig funktioniert hat, der funktioniert plötzlich. Ich habe mir für einen Moment, habe ich versucht, es mir zu erklären, woher es kommt und, und, und. Aber tief, wenn ich so in mein Herz gehe, spüre ich, dass es alles mit diesem Moment zusammenhing, wo du mit mir gearbeitet hast. Das war so wunderbar. Und ich bedanke mich so sehr bei dir, dass du diese Aufgabe annimmst und mit den Menschen arbeitest. Bleib dabei. Hab Vertrauen zu dir. Und sei einfach das Licht. Und gib es einfach weiter. Es ist wunderbar. Ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich dabei sein durfte. Und sehr, sehr dankbar, dass ich dich erleben durfte. Alles Liebe. Dankeschön. Hallo, meine Lieben. Ja, wie versprochen, eine kleine Rezession über den Vormittag, heute mit Chris und mit seiner Arbeit. Ich bin total begeistert. Es hat in mir extrem viel ausgelöst. Eben schon, wie ich erwähnt habe, das war wie ein, am Anfang wie ein Magnet, also mein Herz, musste direkt rüberspringen auf Chris' Herz. Das war wie ein Magnet. Zack, war ich verbunden. Ich habe dermaßen die göttliche Liebe gespürt. Und es hat mir sehr, sehr gut getan. Ich bin nachher, nach dieser Session war ich dann hier, habe Bodyworkout gemacht. Ich habe geschwitzt wie eine Irre, obwohl ich mich jetzt nicht so angestrengt habe. Vielleicht hat er das auch mitgespielt, dass wir vorher eine Arbeit gemeinsam gemacht haben. Und Chris, du bist echt ein Geschenk für die Welt. Und ich bin echt happy, dass ich da heute drangekommen bin. Und ich kann es nur jedem weiterempfehlen. Vielen, vielen, vielen Dank. Ich fühle mich wie Volke Sieben. Einen schönen Abend noch. Tschüss. Hallo, hallo, liebe Linda. Ich möchte mich nochmal kurz bedanken und den Feedback geben. Mir geht es so viel besser nach der Behandlung. Der Knoten in meinem Bauch hat sich total aufgelöst. Und ja, ich, also es geht mir wirklich richtig gut. Vielen, vielen Dank. Du hast das so souverän und mit viel Freude und Herzenswärme gemacht. Und ich wünsche dir weiterhin ganz viel Erfolg und Spaß dabei. Und von Herzen Dankeschön. Tschüss. Tschüss.